Herzlich willkommen auf Teneriffa. Ich befinde mich hier am höchsten Punkt der Insel, nämlich am Teide. Mit seinen 3718 Metern ist er der höchste Berg von Spanien. Ich finde als Einstieg ist das recht schön, aber jetzt würde ich sagen, geht's runter in die wärmeren Gefilde. Ich wünsche Ihnen zu diesem Film recht gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, in Kürze landen wir auf Teneriffa. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns wieder auf der Sonneninsel Teneriffa.